Hallo, hier ist wieder Resident Evil 4. Ich habe letztes Mal hier aufgehört. Und ja, da oben ist der Händler. Musste ja letztes Mal noch gegen diesen El Giganto wiederhastet kämpfen. So. Ja. Achso, diesmal was Neues anzubieten. Äh, ich weiß es gar nicht. Habe ich damals noch verkaufen? Ich glaube nicht, ne? Oh, diesen Spindell habe ich wieder. Ja. Drei Stück sogar diesmal. So, verkaufe ich die mal. Ja. So, genau. Ich hatte ja letztes Mal hier für die Maske so einen Edelstein da was gefunden. Habe ich da einsetzen können. Jetzt führen ja nur noch zwei. Kann ich denn noch was verbessern? Feuerkraft? Nein, geht nicht. Na gut. Dann nehmen wir mal die Feuergeschwindigkeit. Ja, komm, herhau ein, das Ding. So. Und da mit dem Gewehr dann, gut, einmal hier. Da sind aber zwei Kugeln mehr, für 8.000, ich weiß nicht. Das ist so, ne? Ne, lass mal. Ja, irgendwann. Oh. 1.100, naja. So. Ich muss jetzt wohin? Ähm. Ich bin ja von hierhin gekommen, genau. Könnte man jetzt zurückgehen und dann den Anheimweg aufmachen? Ich weiß das nicht. Ha. Ich hab da keine Ahnung. Äh, ich mein, ist hier unten auch noch ein Schatz. Da hat noch ein Stern. Hm. Links, dann da rum. Ich kann's ja mal versuchen. Da hab ich ja letztes Mal gegen Riesen da gekämpft. Dann gegen andere. Dürfte eigentlich ja keiner mehr da sein. Oh, da ist noch was. Schön. So, dann war ja hier letztes Mal den heute noch einiges zum Mitnehmen. Hm. Bin ich mal gespannt. Oh, da ist es dunkel hier. Aha, hier sind die Pfeilen. Warte mal. So. Äh. Da muss ja noch. Jetzt gegenüber die Tür. Die grüne. Okay, Moment. Erstmal hier hoch. Ach, die Allade. Kann ja nicht. So. Ach, Mädchen. Warte mal. Ich gucke jetzt in die Richtung. Okay. Hier, rechte Seite ist die grüne Tür. Also. Äh. Hä? Da ist die Kirche. Ja. Ich muss durch die Kirche durch. Ich muss durch die Kirche durch. Ich muss durch die Kirche durch. Ja, komm her, du sie. So. Ähm. jetzt hier noch weiter hier ist der typ so dann noch ein stück irgendwie da durch und dann ist da der stern also nicht der zum lesen wollen wenn ich hier denn es hier ist irgendwo noch ein schatz weiter oben beim gebäude das ist aber die rückseite und bei der rückseite war ich doch mal wo ich die doch mit dem rätsel da hätte doch irgendwie sehen müssen oder nicht so das ist hier wenn ich mich nicht lehre ach da oben habe ich gar nicht gesehen moment oh jetzt aber aber was mache ich hier mit drei familien insignien der toten zwillinge der toten zwillinge drei stück muss ja irgendwas mit auf dem friedhof zu tun haben aber was habe ich keine ahnung das ist vielleicht noch hier irgendetwas im abgebrachten ne doch da ist noch was guck mal es sind hier irgendwo drei tote zwillinge oder was man kann es auch nicht erkennen man kann es auch nicht erkennen ne da kann ja auch nichts mitmachen merkwürdig in diesem graben sind zwillinge begraben in diesem graben sind zwillinge begraben es ist eine andere insigne ja ein M würde ich mal sagen vielleicht haben alle gräber verschiedene vielleicht haben alle gräber verschiedene ja klar das ist ein M sag ich mal äh drei tote zwillinge oder wie war das hier sind auch zwillinge hier sind auch zwillinge hier sind auch zwillinge ist das ich sag mal V ich sag mal V äh okay äh MV wo sind noch welche hier vielleicht dieses Blitz- oder S-Zeichen okay ähm 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 okay ich hab jetzt drei äh von diesen zwillingen gefunden die Frage ist dann jetzt auch wie äh geht das mal gucken äh ähm okay warte mal das Ding ist doch oh also ich nehme jetzt das V das wäre ein 1-2-3 das V-Zeichen 1-2-3-4 ist das Z so aber dann gab es doch noch ein M ähm äh dann komme ich bei drei aber wieder auf den grün unten den geht der wieder aus den geht der wieder aus ha okay wir haben also ZM und dann unten dieses V aber ähm das muss ja auch so gedreht sein dass die dann anbleiben so vielleicht keine Ahnung 3 1 2 3 4 aber kriegst das M nicht hin äh warte mal hm hm 1 2 3 1 2 3 ist das M 1 2 3 4 und nochmal eine 4 ja ja ha ha grünes Katzenauge oder soll ich denn mit äh äh Danielas Katzenauge okay super äh Katzenauge die Markierungen die Markierungen am Stein legen nahe dass er 1 eingefasst war aber worin auf jeden Fall ein seltener Stein vielleicht im Bierkrug oder so ja jawohl ha ok habe ich das auch rausgefunden äh pfuh so ja ich will mich umsehen ähm gut gut habe ich das auch nochmal erledigt äh jetzt müsste ich dann ja wieder zurück sobald ich weiß ich müsste wieder zurück gut aha ja gut mal sehen so wieder runter da hat sich der weg zurück hat doch noch gelohnt so rum wenn ihr leider hochkommt so allein aber nicht runter ne du blödes weib du muss man richtig durchgeknallt werden okay hier auch damit so muss jetzt hier lang nehme ich mal an moment war das ich glaube ja genau hier lang und dann bisschen geradeaus nach oben da einmal dann wieder so komme ich ja dann nicht durch die man muss ja dann hier hoch hier rüber so und dann hier hinten runter auf wo ich vorher war so das ist das hier kann ich den hebel denn nochmal bewegen hier war doch mal oder was in dem haus ne okay hier waren wir ja drin wo die ganzen bewohner hier ankam okay warte mal geht das nochmal mal gucken ja im dünn so so das heißt jetzt wohin moment 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 wo muss ich hin zurück okay die erste tür dann hier lang ok geht es runter absolut mit obak ein hier gibt es wieder ah hallo alte verbrenne hier hier okay Ok. Moment, Moment, Moment. Oh. Wer kann denn damit rechnen, dass wir noch... Hallo? Lass du mal... ...liegen. Du bist raus. Gewehrmunition. Ok. Du bist alleine. Dafür ist meine... ...Gewehrmunition viel zu schade. Nein, 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 nein! Mann. Blub, 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 blub. Alter. Ok. Ach, das klingt dann noch. So, ich mach mal kurz hier allein auf mich, oder? Nein, das geht nicht. Äh... Äh... F-Lake. Komm her, du heiße... Ja, genau. Zeig mir nochmal deine Brüste. So, komm her. Hier hoch. Hier hoch. Oder wo? Anders geht's ja nicht. Äh... Äh... Moment, ach ne, leider. Ich dachte, man könnte hier hoch. Okay. Dann versteck dich doch nochmal hier drin. Hi. Besser ist besser. Ähm... Mann, war es ja nie, ne? Ist da noch was? Nein. So. Ey, du da mit dein... komisches Ding da hinten. Weißt du was? Äh... Kann man ja doch noch nicht haben. Na komm. Na doch noch was. ich hätte so gerne na komm ok pass mal auf hier da hast du was und das brauchst du nicht mehr siehst du bist du denn hau ruck ach so Ich hör was, aber ich seh nichts. Ach, da kommst du. Na, alte, so macht man das. Hallo, alter Mann. Ja, klack. Oh, ja, doch nochmal. Aber er lebt noch. Oh, ja, das ist toll. Moment, oh Gott. So. Also, wie viele kommen hier noch an, ey? 1000. Hier ist noch eine Tonne. Ein grünes Heilkräuterschen, okay. La, 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 la. Äh, okay. Eine Frau mit Motor. Ja, nochmal. Ach, du Heilige. Nee, ist klar, ne? Und jetzt auch wieder welche. Aua. Ey. Ja, genau. ist das bescheuert da willst du weglaufen kannst du nie weil er von alleine automatisch nachladen muss doch du kannst es nicht abbrechen los rein na gut die mache ich noch mal hier eben komm hier alte blaume so verbrenn deine tippen du komm ja spiele ich mit der fußball okay dass er explodiert das wurde jetzt nicht grünes graut gut dann mache ich jetzt einmal schluss war heute auch ich habe eben gewungen ich weiß auch nicht warum und dann sage ich bitte in den folgern was gut wünschen noch einen schönen tag und dann bei bei